Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Kryptografie. So, heute geht es um ein großes Thema, nämlich den DES. Habt ihr wahrscheinlich schon lange drauf gewartet. Und ja, der DES benutzt im Prinzip ein Feistel-Netzwerk. Allerdings gibt es da natürlich noch ein paar Sachen. Das Feistel-Netzwerk ist ja nur so eine Grundstruktur. Hier sehen wir nochmal ein zwei-runden Feistel-Netzwerk. Wenn ihr aus der Grafik nicht schlau werdet, schaut einfach im letzten Video nach. Ist gar nicht so schwer. Okay, was der DES jetzt Besonderes tut, genauso wie diese F-Funktion, das klären wir in diesem Video. Als erstes mal, wir bekommen beim DES 32-Bit links und 32-Bit rechts. Also bei diesem Feistel-Netzwerk. Also das heißt, wir haben eine insgesamte Blockgröße von 64-Bit. Das heißt, wir können Blöcke verschlüsseln, die 64-Bit lang sind. Das ist jetzt wirklich sehr, 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 sehr wenig. Aber es reicht aus, denn wir können ja beliebig viele Blöcke aneinanderhängen und sind immer noch sicher. Das heißt, wir können auch denselben Key mehrmals benutzen. Das ist alles kein Problem. Nicht so wie beim One-Time-Pad. Da haben wir nämlich Schwierigkeiten bei sowas. Deswegen ist der DES eigentlich geiler als das One-Time-Pad. Und ja. So. Was wir jetzt machen, ist, wir besprechen diese F-Funktion hier. Denn das Feistel-Netzwerk, das bleibt einfach bestehen. Wie gesagt, 16 Runden. Mehr brauchen wir nicht. Wie wir hier sehen können, kommen in diese F-Funktion 32-Bit rein und 32-Bit wieder raus. Denn wir wollen ja am Ende was X-Ohren und dazu brauchen wir die gleiche Anzahl an Bit. Also das heißt, wir wissen schon mal, wir haben 32-Bit Eingabe und 32-Bit Ausgabe. So. Machen wir ganz normal auf eine neue Folie und fangen wieder von vorne an. Schauen wir uns nochmal kurz an. Also, wir haben hier die Eingabe, die ist 32-Bit groß. Von dieser F-Funktion reden wir jetzt gerade. Und was wir als allererstes machen, jetzt werden wahrscheinlich einige von euch lachen, wir vergrößern diese 32-Bit. Ja. Wir vergrößern sie. Und zwar machen wir daraus 48-Bit. Ja, 48-Bit machen wir daraus. So. Und das tun wir über eine gewisse Expansion-Funktion 48-Bit. Die schreibe ich jetzt nicht extra hierhin. Die könnt ihr euch sozusagen als Blackbox vorstellen. Generell zum DS ist alles festgeschrieben. Das heißt, es gibt keinerlei, ähm, ja, keinerlei Zufall eigentlich außer dem Schlüssel. Der Schlüssel ist wirklich zufällig. Das ist das einzige Unbekannte. Alles andere ist festgelegt über einen gewissen Standard. Und deswegen hat man den DS eigentlich auch nicht wirklich angefasst später mal. Denn er wurde wirklich Ewigkeiten geprüft und keiner hat irgendwie eine Lücke gefunden. Er ist tatsächlich jetzt eigentlich noch sicher zu benutzen. Allerdings werden wir nachher sehen, der Schlüssel ist viel zu klein. Wir können einfach den Schlüssel brute forsen. Heutzutage ist das kein Problem mehr. Früher ging es ein paar Jahre. Heutzutage kriegt man es unter einem Tag hin, glaube ich. Ähm, aber zurück zu diesem Ding hier. Wir haben hier diese Expansion-Funktion und die macht aus diesen 32-Bit aufgeblähte 48-Bit. Diese 48-Bit sind einfach 16-Bit aus diesen 32-Biten nochmal doppelt genommen und dann einfach irgendwo hingeschrieben. Also im Prinzip nichts Spannendes. Ist auch festgeschrieben, wo diese, äh, wo diese doppelten Bits genommen werden. Ist irgendwie keine Überraschung für uns. Okay. So, was wir jetzt machen, ist, wir haben hier drüben unseren, wie ich gerade schon sagte, 56-Bit-Master-Key. Das ist der komplette Schlüssel. Das ist das, was sozusagen der Secret-Key oder der generelle Key für alle ist, zum Entschlüsseln und zum Verschlüsseln. Und, ähm, der ist natürlich geheim. Aber, es ist öffentlich, wie wir jetzt aus diesem 56-Bit-Master-Key unseren sogenannten 48-Bit-Sub-Key holen. Also, das heißt, wir picken uns hier vorgeschriebene 48-Bit raus. Das sind pro Runde immer andere 48-Bit, aber logischerweise werden die auch hin und wieder mal doppelt verwendet. 48-Bit-Sub-Key nennt sich das ganze Ding dann. So, und diese 48-Bit hier, ähm, die benutzen wir jetzt für diese Runde. Das heißt, wir haben jede Runde einen anderen Sub-Key. Am Ende haben wir die ganzen 56-Bit hier mal benutzt. Jetzt fragen sich wahrscheinlich, manche von euch, ich habe gesagt, diese 56-Bit, das ist das Schlimme, warum wir DES Bruteforcen können. Das heißt, wir können einfach jeden Schlüssel durchprobieren. Haben wir 2 hoch 56 Möglichkeiten und kriegen es an einem Tag durch. Warum benutzen wir nicht einfach 48, also wir haben ja 16 Runden, also 48-Bit-Sub-Key pro Runde mal 16, haben wir ca. 700-Bit insgesamt, wo wir verschlüsseln könnten. Wenn wir das gemacht hätten beim DES, dann wären wir sicher. Aber zu der damaligen Zeit waren 56-Bit zum Übertragen schon genug zur Verschlüsselung. Und die haben sich gedacht, nö, machen wir nicht mehr. Was im Nachhinein eine blöde Entscheidung war, aber die NSA hat mitgespielt, deswegen, ja. Okay, ähm, machen wir weiter. Diese beiden werden jetzt zusammen X-Ort und wir wissen, dass der Schlüssel perfekt zufällig ist. Das heißt, wir haben danach schon mal was, was wir irgendwie nicht mehr, ja, wo wir nicht mehr schlau draus werden. So, nach einer kleinen Pause geht es weiter, weil mein lieber Herr Nachbar gemeint hat, er muss jetzt anfangen mit Bohren um 2 Uhr nachmittags. Dankeschön. Okay, ähm, machen wir hier weiter. Wir haben gesagt, wir wollen die zusammen X-Oren. So, jetzt kommt hier schon mal was raus, was wir irgendwie nicht mehr unterscheiden können von perfekten Zufall, denn der Key ist ja perfekt zufällig gewählt. Okay, machen wir also mit diesem perfekten Zufall hier weiter. Und jetzt haben wir hier 48-Bit als Ausgabe. Also wir haben hier 48-Bit hiervon, von unserem aufgeblähten Input und 48-Bit von unserem Subkey. Das heißt, wir haben hier wieder 48-Bit als Ausgabe. Und was man jetzt macht, ich zeichne das gerade mal kurz so hier als diese 48-Bit hin. Ähm, genau so. 48-Bit. So, was wir jetzt tun ist, wir teilen das alles auf. Also in 8 verschiedene Teile. Das heißt, wir haben nachher 8 mal 6-Bit. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt, wobei ich glaube, ich mache das kurz und pausiere euch währenddessen. So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir hier überall 6-Bit drin. Das heißt, wir haben hier 8 Blöcke als 6-Bit. Okay, das gibt meine 48-Bit wieder. So, was wir jetzt tun ist folgendes. Wir packen jeden einzelnen Block in eine sogenannte S-Box. Ich zeichne jetzt nur eine, weil sonst werdet ihr wahrscheinlich sehr gelangweilt werden. Ähm, und zwar haben wir hier diese S-Boxen. Die sind auch alle festgelegt. Das wäre jetzt aktuell S2, denn wir haben hier unseren zweiten Part, den wir hier reinstecken. Es gibt 8 verschiedene davon. Und jede von diesen S-Boxen nimmt 6-Bit-Input, haben wir hier oben gesagt. Wir haben 6-Bit-Input und liefert mir wieder 4-Bit-Output. Das heißt, wir haben hier am Ende 8 mal 4-Bit als Ausgabe. Wir haben hier 8 S-Boxen. Ich packe hier gerade mal noch so demonstrativ weitere Rechtecke hierher. Damit ihr wisst, dass es da noch weiter geht. Also wir haben am Ende hier 8 verschiedene S-Boxen. Und diese S-Boxen liefern mir wieder jeweils einen 4-Bit-Ausgabewert. Und diese 4-Bit-Ausgabe, die packe ich dann einfach wieder zusammen. Und habe dann wieder 32-Bit. So, aber Achtung. Wir haben nach diesen 32-Bit, die wir hier von den S-Boxen bekommen, haben wir noch nicht wirklich das, was wir wollen. Wir müssen nämlich hier am Ende noch ein komplettes Kuddelmuddel draus machen und alles irgendwie durcheinander würfeln. Also so in etwa. So könnt ihr euch das vorstellen. Dann bekommen wir unsere echten 32-Bit, die wir dann am Ende auch ausgeben von dieser F-Funktion. Und dann geht es natürlich hier weiter mit XOR hier drauf und dann wieder hier aufteilen und so weiter und so fort, wie wir es vom Feistel-Netzwerk gewohnt sind. Das hier ist bloß die F-Funktion. So, jetzt gibt es natürlich noch ein bisschen Informationen. Warum machen wir das mit diesen S-Boxen und warum permutieren wir hier unten? Permutieren heißt das Ganze durcheinander, wursteln auf fachmännisch. Da gibt es Gründe dafür. Die S-Box, die liefert mir immer eine Garantie, die wurde wirklich so festgelegt. Also das ist eigentlich eine Nachschlagetabelle, die ist auch öffentlich übrigens. Könnt ihr alles nachgucken. Die müssen auch nicht umkehrbar sein. Das heißt, wir können am Ende vielleicht einfach nicht mehr zurückrechnen, macht aber nichts. Genau, diese S-Boxen hier, die liefern mir so eine Nachschlagetabelle. Also die ersten zwei Stellen, die liefern mir zum Beispiel, oder das erste und sechste Bit, glaube ich, liefert mir die Zeile und Bit 2 bis 5 liefert mir die Spalte in meiner Nachschlagetabelle und in jedem Eintrag von der Tabelle steht dann eigentlich nur diese 4 Bit drin. Und die wurden wirklich ganz bewusst angelegt, dass jedes Mal, wenn sich hier oben bei meinem Input von der S-Box, also bei den 6 Bit hier, wenn sich da ein einziges Bit ändert, dann ändern sich mindestens 2 Bit bei der Ausgabe. Das heißt, ich habe am Ende auf jeden Fall eine Änderung von 2 Bit, wenn ich hier oben ein Bit ändere. Deswegen, das braucht man für die lineare oder die differenzielle, ich weiß gerade nicht, welche Kryptoanalyse auf jeden Fall. Das werden wir vielleicht irgendwann am Ende der Serie mal machen. Mal gucken, wie das Ganze ankommt. Und ja, dadurch existieren keine direkten Zusammenhänge mehr. Denn jetzt haben wir hier am Ende 4 Ausgabe-Bits, die mindestens sich 2 Bit ändern. Und generell möchte man ja ein komplett zufällig aussehendes Ergebnis hier oben, nicht nur vom Key abhängig, denn ansonsten wäre es ja nicht gut genug. Ich möchte ein komplett zufällig aussehendes Ergebnis hier ganz unten haben bei der Ausgabe. Und dazu permutiere ich dann am Ende auch. Das heißt, ich ändere hier oben 1 Bit. Das führt dazu, dass sich hier 2 Bit ändern. Und dann permutiere ich das Ganze noch hin und her. Und was dabei rauskommt, ist sozusagen an jeder Stelle könnte sich was geändert haben, wenn sich ein einziges Bit hier oben geändert hat. Also wenn wir die 16 Runden durchgeschaufelt haben von dem DES, dann bewirkt eine Änderung von einem einzigen Bit Input ganz oben, bewirkt eine Veränderung, so dass sich jedes einzelne Bit hier unten in meiner letzten Ausgabe verändert haben könnte. Und das führt sozusagen zu der Sicherheit in Anführungsstrichen vom DES und führt auch dazu, dass es eben nicht mehr rückwärts rechenbar ist, wenn man den Key nicht kennt. Das heißt, ich könnte, wenn ich jetzt natürlich hier den Key kenne, kann ich alles rückwärts rechnen. Der Key kommt ja mit in diese F-Funktion ein. Das habe ich jetzt hier in dem Feistel-Netzwerk nicht eingetragen. Aber wenn ich meinen Key kenne, dann kann ich ja meine F-Funktion hier berechnen. Ohne den Key kann ich die F-Funktion nicht berechnen. So, und wenn der Empfänger jetzt tatsächlich wieder entschlüsseln möchte, das heißt, wir nehmen an, er hat den Schlüssel, dann geht er einfach wieder hier hoch, nimmt den linken Teil der Ausgabe und stopft den linken Teil hier, also quasi, Sekunde, das hier packt er hier rein, in die F-Funktion und kann dann den Teil, den er aus der F-Funktion rausbekommt, x-Ohren auf den rechten Teil hier. Dann erhält er ja wieder den Teil hier, den linken Teil von hier oben und den rechten Teil von hier oben hat er ja ohnehin, denn der ist ja derselbe wie der linke Teil hier unten. Aber wenn er den Key nicht kennt, dann kann er nicht raten, was hier an diesem Pfeil, wo jetzt meine Maus ist, was an dem Pfeil hier rauskommt. Denn das Ergebnis von dieser F-Funktion sieht perfekt zufällig aus. Das ist sozusagen ein Pseudo-Zufallsgenerator hier drin. Und deswegen weiß er nicht, was hier an diesem Pfeil rauskommt, wenn er den Key nicht kennt. Und deswegen kann er hier auch dieses x-Ohren nicht brechen und deswegen bekommt er hier oben auch den linken Teil der Ausgabe nicht, sondern nur den rechten Teil. Und mit dem rechten Teil, wenn wir uns das Ganze nochmal angucken, hier oben, nur mit dem rechten Teil kann ich gar nichts machen, denn ohne den linken Teil kann ich ja nicht mehr versuchen, meinen F4 zu brechen. Wie gesagt, Schwachstelle vom DES ist der kurze Key, der insgesamt 56 Bit hat, der Master Key. Und da kann ich drüber Bruteforcen und das geht relativ schnell. Aber ansonsten ist der DES immer noch sicher. Okay, es gibt ein paar Angriffe auf den DES, die werden wir uns vielleicht angucken, wenn es um eine lineare Kryptoanalyse oder differenzielle, ich weiß es gar nicht genau, wenn es da drum geht. Aber die sind so unpraktikabel, weil man dafür unglaublich viel Speicherplatz braucht, ein paar Petter oder Jotter oder was auch immer, Exobyte. Ja, deswegen, DES ist eigentlich immer noch sicher, aber der zu kurze Key hat alles kaputt gemacht. Und deswegen hat man mittlerweile den AES, den Advanced Encryption Standard, und den werde ich euch im nächsten Video zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt alles verstanden soweit. Und ja, wenn ihr euch genau für diese S-Boxen interessiert, könnt ihr tatsächlich auch nachlesen, wie das Ganze passiert. Auch die Permutationsfunktion hier unten ist alles festgelegt in diesem Standard, in dem Data Encryption Standard. Könnt ihr einfach mal nachgucken. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.